Der RTF1 Wetterbote präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Trachtenmode in der Region Neckaralp. Mit Regen müssen wir auch morgen noch einmal Vorlieb nehmen und wirklich sommerlich warm wird's auch nicht. Der RTF1 Wetterbote präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Trachtenmode in der Region Neckaralp. Leichter Regen steht auch zur Wochenmitte auf der Tagesordnung. Dabei zeigt sich die Sonne nur gelegentlich. Die Temperaturen erreichen morgen nur maximal 22 Grad. Die Nacht ist mild bei 16 bis 18 Grad und Wolken. Am Donnerstag schaut der Sommer dann mal wieder vorbei. Die Sonne zeigt sich öfter, der Regen setzt aus und die Temperaturen nehmen bis zum Ende der Woche wieder sommerliche Werte an. Am Samstag ist aber erneut mit leichten Regenschauern zu rechnen. Rheumapatienten tut das Wetter morgen nicht gut. Menschen mit Dichtleiden haben aber keine wetterbedingten Beschwerden zu erwarten. Allerdings fördert der Regensonne-Mix morgen Migräneattacken.